Ein Mediator ist ein professioneller Konfliktmediator, der versucht, Konflikte zwischen Parteien zu lösen, ohne dass rechtliche Folgeschritte erforderlich sind. Die wichtigste Bedingung eines Mediators ist, dass es sich um eine unabhängige Person handelt, die als Dritte in einem Streitfall auftritt. Um die Mediation als vermittelnde Partei gut durchführen zu können, ist es wichtig, dass der Mediator von beiden Parteien akzeptiert und ernst genommen wird. Ein Mediator ist daher eine unabhängige Person, der die Geschichte aller Beteiligten hört, mit dem Ziel, auf eine Lösung hinzuarbeiten, mit der alle Parteien leben können. Wenn die Parteien einander nicht vertrauen oder einfach keine Lösung sehen, kann ein Mediator gesucht werden. Mediation betrifft in der Regel Bürger untereinander oder bezieht sich auf Streitigkeiten zwischen Bürgern und der Regierung. Auch Richter sehen Mediation in immer mehr Fällen als Lösung, weil ein Richter in der Mediation keine harte Entscheidung treffen muss. Mediation ist unverbindlich, aber alle Parteien müssen zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden. Mediation ist ein Feld, das im Wesentlichen nicht mit Vermittlung verglichen werden kann, da ein Mediator aus inhaltlicher Sicht nicht in den Konflikt eingreifen wird. Im Rahmen der Mediation sollen die Kriegsparteien gemeinsam zu einer angemessenen Lösung kommen. Ein Mediator kann sich auch auf bestimmte Formen der Mediation spezialisieren. Wenn sich die Parteien untereinander nicht mehr einigen können und die Gespräche ins Stocken geraten, ist es in der Regel ratsam, einen Mediator hinzuzuziehen. Ein großer Vorteil der Mediation ist, dass die Kosten der Mediation niedriger sind als bei einem möglichen Gerichtsverfahren. In der Mediation ist es wichtig, dass die gegenseitige Beziehung nicht dauerhaft gestört wird. In diesem Fall macht eine Mediation in den meisten Fällen keinen Sinn, weil die Menschen für die Argumente der Gegenpartei nicht mehr offen sind.